Wiens Altbürgermeister Dr. Michael Häupl, der sagt am Dienstagvormittag hier bei der U-Kommission zum Krankenhaus-Nord-Skandal aus. Er hat sich vor Beginn dieser Sitzung, die unter großem Medieninteresse hier begonnen und über die Bühne gegangen ist, hat er sich sehr wortkack gezeigt. Normalerweise ist er doch sehr wortgewaltig, nie um einen Spruch verlegen. Diesmal ist er allerdings sehr ruhig geblieben, will seine Meinung dann erst öffentlich nach diesem Ausschuss zum Besten geben. Das war anders. Im Jahr 2012 hat er noch gemeint, dass ein U-Ausschuss wohl nicht kommen werde. Er hat das Ganze damals auch mit dem AKH-Skandal verglichen und noch letztes Jahr hat er gemeint, dass hier zwar Fehler passiert seien, allerdings wenn jemand glaubt, hier einen politischen Skandal hoch- und herausdestillieren zu müssen, dann wünsche er ihm dabei viel Vergnügen. Ja, die Opposition, die freut sich natürlich, für die ist das ein gefundenes Fressen. Ingrid Korosek von der ÖVP hat gemeint, Häupl sei einer der Hauptverantwortlichen für diesen Skandal, für diesen rund 500 Millionen Euro teuren Spitalskandal. Wir sind natürlich sehr gespannt, was Michael Häupl hier sagen wird. Er ist ja nicht der einzige Zeuge, der an diesem Tag aussagen wird. Neben Häupl werden noch drei weitere Zeugen geladen. Das sind Thomas Pankl aus dem Planerteam, das sind Bernhard Pisetzky, das war der damalige Krankenhaus-Nordreferent, noch unter Gesundheitsstadträtin unter der damaligen Sonja Wesseli und auch Peter Wölfel. Das war der stellvertretende Programmleiter von 2007 bis 2014, der wird dann am Nachmittag befragt werden. Wir sind natürlich sehr gespannt, was vor allem der Altbürgermeister Michael Häupl wusste oder auch nicht wusste.